Okay. Die kann man jetzt aber auch hier wunderbar hier. Ne, so. Hopp und hopp. Na, du musst weg. Hä? Warum bist du jetzt da? Kannst du mir das mal erklären? Du hast da aber gar nichts zu suchen. Ach, einfach. Hopp und hopp. Ja. Aber dann machen wir da vollständigkeitshalber machen wir es noch einfach auch so. Und wenn wir jetzt... Da ist es wieses gemacht, ne? Hopp, hopp. Das sieht jetzt nicht blöd aus. So. Na, ich fucke. Da mal aufwirken. Ich würde sagen, wir lassen es einfach so, ne? Wenn der Raum der weiß, ob der überhaupt genutzt wird. Aber man könnte die nutzen, wenn man die nutzen würde wollen. Nee. So. Okay. Jetzt brauche ich noch was holen, ne? Da haben wir ja einfach das Boden alles drin, oder? Ja. Ja. Jeder sollte ja eigentlich dann schon hell genug sein. Hm. Hm. Was meinst du, was habe ich hier? Ah, ich glaube... Ja. Oh, wer ist denn da? Hm. Ja, so. Wobei, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das... Pass mal auf. Ich habe mal eine andere Idee. Und zwar, wenn ich jetzt... Hm. So. Hopp. 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 Ne? So. Und, komm mal her. Habe ich Treppen, habe ich ja noch, ne? Na. Warum soll denn noch einen? Oh, das... Die reichen ja schon, hier. So. Hopp. 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 Wo bin ich jetzt? Hm? Stücke mir mal. Hm. Ja. So. Da würde ich ja... Da fehlt mir wie viele? Zwei Stück, ne? Wer nicht? Ja, wo kommen die? Oh. Was wird denn da weg hier? Siehste? Oh, ich muss auch mal zwei hier wieder, ne? Äh. Ich muss schnell essen, 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 essen. So. Das war nicht zu gewesen. So. Dann komm mal her. Da brauchen wir mal welche von. Und, ok. Ich bräuchte schon. Ich bräuchte gar nicht. Was ist denn hier? Hopp, bin ich immer wieder richtig froh in der Welt. Äh. Genau, ja, doch. So. Hopp, hopp, hopp. dann könnte ich das vielleicht sogar dann könnte ich das sogar so machen dann würde das ja eigentlich auch gehen wo sind das hier, denke ich mal aber wenn das jetzt nicht da wird, verstehe ich jetzt nicht ganz ja, wenn ich jetzt den weg mache ne, halt nicht, ne so, ich bin jetzt weg, lieber hm, versuchen wir es mal mit der Treppe ne, das gold nicht ach Katja, wo ist denn die Kartoffeln, kommen noch dort ich glaube, da mache ich doch ganz einfach ähm, da mache ich dich einfach weg hier und da kommt einfach nur Reals rein äh, dann, ich, das ist, ähm, ja das ist, äh, das andere ist dann, glaube ich einfach mal so irgendwo, fertig haben wir es, ne so, ich hoffe nur, dass das hier, äh, äh, drin auch hell genug ist, ne ja, ich glaube, ich würde fast sagen, wir machen vielleicht hier äh, verhebe ich gar nicht jetzt, ne so, jetzt ist das auch noch beleuchtet und ich glaube, dann ist das doch auf jeden Fall ich glaube, dann ist das doch auf jeden Fall schön, naja toll, gut, kann man jetzt auch schlafen gehen und dann können wir, dann können wir schon rüber gehen und das gold holen ja, doch, ich denke mal ich denke mal, ich denke mal, ich bin da so zufrieden hm hm hab ich denn eigentlich noch, ich glaube, ich noch welche hin, ne und wie wird das denn aussehen, wenn ich jetzt hier so hm 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 nee, das ist falsch hm und so Ach, mach mal einfach mal. Hä, wie das war schon? Ach ja. Äh, doch. Äh, mal schnell welche machen. Dann brauche ich auch noch mal welche. Dann brauche ich natürlich genauso. So, noch mehr. Hm, 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 hm. Das sind nur 4 Stück, da brauchen wir auch mehr. Mach mal so. Du kommst noch 8 Stück. So, die reichen die so. Das muss man einfach nur mal, damit es mal ein bisschen anders ist. Äh, alles auszieht. So, und die machen wir mal was selbe. Äh, ich muss sie durch, bitte. Hm, hm. Mach. Nicht gut. Na, und. So. Mach mal. So. Ach. Satz denn. Hm, stimmt. Ne, toll. Reichen die auch wieder nicht, ne? Ach, das gibt's doch gar nicht. Ach, wo wir doch könnten. Hm. Und. Hopp. 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 Die haben wir noch. So. So. Okay, doch. Komm ruhig mal so lassen jetzt hier. Ab und ab. Mal. Öh. 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 Ja, das ist auch so. Ich glaube, du musst doch auch so. Ja, doch, wir lassen es einfach so, ne? Na, gehen wir jetzt noch zurück. Ja, hab ich doch geschafft, eigentlich mal eine Schmiede zu bauen, ne? Hat aber lange genug gedauert jetzt hier, ne? Muss man ja mal sagen, muss man ja mal sagen. Jetzt aber schnell zurück hier. Oh, schluss essen. Ja, ja, mhm, leckerleckerlecker. So, das mal um. Das hier mal weg, und das mal weg. Auch ein bisschen Gold holen. Ach ja. Endlich. So, tim tim tim. Ich hab zwar eigentlich gedacht gehabt, ich schad auch noch den Garten, aber, ne, das mach ich beim nächsten Mal. Und sehen, dass danach dann mal wieder einer mitmacht. Ne, wenn der Garten fertig ist. Und obwohl jetzt kann ich auch einer mitmachen, wenn ich den Garten noch bauen bin. Ist ja nicht egal. Jetzt kommt schon was. Sieht sich schon ganz schön, ne? Bam, 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 bam. Hm, 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 hm. Ach ja. Hm, das ist schon... Hier ist wirklich schon viel Arbeit reingeflossen. Viele, viele Stunden. Vor allem viel Terraforming, ne? Verleg was ich hier den Sumpf rumgekrempelt hab. Wow. Bam, 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 bam. Gold, gold, gold. Ein bisschen Gold muss sein. Ein bisschen Gold muss sein. Ich hab grad schon mal, was läuft denn da rum? Na ja. Hm? Oh. Hopp. So, dann... Was ist los? Was ist los? Mhm. Aha. Hä? Hä? Hab ich mich bescheidert? Das ist nicht. Hab ich die nicht alle da? Da eingepackt? Oder hab ich schon welche? Ich glaub ich weiß. Ah, hier. Ah. Dann bräuchte ich noch eins. Und zwei. Und dann bräuchte ich noch eins. Und zwei. Ach, da verlieren wir auch eins mit, ne? So, und dann bräuchte ich noch Gold. Und hab ich das denn? Das war hier, oder? Hier, ne? So. Mhm. Da brauch ich, glaub ich, für die Uhr brauch ich vier, ne? Dann machen wir's auf. Eins, zwei, ne? Eins, zwei, ne? Eins, hm, hm. Ach, was mach ich denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, zwölf. So, da reicht das nämlich gleich für drei Uhren. So. Hab ich's dabei? Ja, rot. Wer wollte ich, glaub ich, nicht holen, ne? Oder? Oder? Ich lieg gerade. Äh, doch, obwohl. Aha. Warte mal, wir wollten ja hier noch, ne? Ähm. Mhm. Ja, hast du, jetzt, schau mal kann ich das nicht, ne? Äh, blöd. Ha, 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 ha. Blöd, blöd, blöd. Ach, Gott. Ähm. Doch, wenn ich hier alles voll habe, ne? Ähm. Dim, 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 dim. Ach, Gott. Ich bin total überfordert, total überfordert. Kann ich jetzt irgendwie zusammen machen, oder so? Ich bin total überfordert und kleinrem, bis nach Hause.